Nach den ersten fünf Renntagen waren die Abstände in der Gesamtwertung zwischen den Favoriten noch recht gering. Somit war klar, dass das 28,4 Kilometer lange Einzelzeitfahren für den Kampf um den Rundfahrtsieg eine enorme Bedeutung hatte. Mit Start und Ziel in Streusdorf führte der wellige Kurs in einer Schleife durch Südthüringen. Die erste Richtzeit des Tages setzte Nils Polit. Als Zehnter gestartet, konnte er es sich im Ziel eine ganze Weile auf dem heißen Stuhl gemütlich machen. Am Ende wurde er Dreizehnter. Auch Jan Brockhoff vom Thüringer Energie-Team konnte die Zeit von Polit nicht knacken. Doch der 19-Jährige zeigte ein starkes Einen und wurde Fünfzehnter. Teamkollege Maximilian Schachmann ging nach dem nur knapp verpassten Etappensieg gestern erneut topmotiviert an den Start. Er wurde am Ende Zehnter. Bevor die Top-Favoriten ins Rennen gingen, setzte der Australier Campbell Flagmore eine neue Bestzeit. Umgezogen und mit Proviant machte er sich auf den Weg in Richtung heißer Stuhl, den er erst für die Siegerehrung wieder verließ. Denn der Australier war mit einem Schnitt von 50,45 kmh über die Strecke gedonnert und feierte seinen ersten Etappensieg bei der Thüringen-Rundfahrt. Im Kampf um den Rundfahrtsieg unterstrich der niederländische Zeitfahrmeister Dylan van Baale seine Ambitionen. Im Ziel war er nur 18 Sekunden langsamer als Tagessieger Flagmore. Taylor Eisenhardt, nach van Baale gestartet, verlor mehr als 50 Sekunden auf den Niederländer. Doch der junge Amerikaner sicherte sich das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Auch Adam Phelan verlor mit 45 Sekunden viel Zeit auf Dylan van Baale. Mit Tagesplatz 6 ist er in der Gesamtwertung nun Vierter. Als klar war, dass sowohl Simon Yates als auch Julien Alaphilippe nicht an die Zeit von Dylan van Baale herankommen, schauten alle gespannt auf den Dänen Lassenormen Hansen. Hansen fuhr auch heute ein starkes Rennen und hatte in der Zwischenzeit nur 7 Sekunden Rückstand auf van Baale. Bis ins Ziel wuchs der Rückstand dann auf 14 Sekunden an, was Platz 4 eine Position vor dem deutschen U23-Zeitfahrmeister Jascha Sütterlin bedeutete. Silvio Herklotz war im Ziel 2 Minuten 16 langsamer als Tagessieger Flagmore und muss sein gelbes Trikot abgeben. Das trägt nun der Niederländer Dylan van Baale. Er führt in der Gesamtwertung nun 3 Sekunden vor Lassenormen Hansen. Gesamtdritter ist mit 16 Sekunden Rückstand im Prologsieger Damien Horsen, der heute Zweiter wurde. Das Sprinttrikot trägt auch morgen auf der 6. Etappe mit Start und Ziel in Ichtershausen Tim Schlichenmayer. Das Bergtrikot bleibt auf den Schultern von Magnus Kurt Nielsen, dessen Teamkollege Lassenormen Hansen nun führender in der Punktewertung ist. Dies, blau Geld, bochtet Trinkot.